Ich muss bloß nicht den falschen Zaubersprechen hier. Ich hätte fast Refugium aktiviert. Da hätte ich mich dann ganz schön drüber aufgeregt. So. Noch so ein Vieh hier irgendwo als unliebsame Überraschung vielleicht. Krämt euch nicht. Ich bin ja schon da. So. Das ist eine Echse und ich werde da bestimmt nicht hinstürmen jetzt. Ich bin doch nicht doof. Da ist ja noch ein... Guck mal, ein Stockwerk höher. Da ist noch ein Gedankenschinder. Da ist hier auch noch einer. Da kommen wir niemals hin zu dieser Echse. Nicht rechtzeitig. Ne. Hat keinen Sinn. So, hier könnten wir dann wieder hoch. Und da können wir raus. Aber erstmal gucke ich mich hier nochmal um. Das ist ein langer Level, ne? Beziehungsweise es kommt mir lang vor, weil wir ja... Hört mal auf zu schreien. Weil wir die ganzen Zellen durchsuchen. Das ist ja was. Das machen wir nur einmal. So, schön vorsichtig weiter. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Meistens ist nichts drin, ne? Oha, ich höre einen. Der ist da oben. Hoffe ich. Hallo? Da geht es nicht weiter. Bin ich da drüben nicht bis zum Ende? Der anderen Seite? Muss ich das aber nochmal gucken. Ach ne, ich bin hier noch gar nicht lang, ne? Oder? Ne. Oder? Sind wir hier schon lang? Ne. Türen sind noch zu. Die Türen sind noch zu. Ja, ich weiß, das ist gerade super spannend. Vor allem, weil ich auch mal so vorsichtig laufe hier. Wir brauchen unbedingt den Diebesdring, wenn wir jetzt den Stockwerk höher gehen. Ich will gar nicht, dass die Kerle auf mich aufmerksam werden. Das heißt, ich muss auf ein bisschen Lebensenergie verzichten. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. So, habt ihr hier was hinter der Versteckung? Aha. Eine Tür. Eine Tür. Ist da einer? Oder ist der über uns? Wir sind draußen, ne? Da muss ich mal balancieren, glaube ich. Okay, äh, ich glaube, hier draußen geht's weiter. Das heißt, ich will eigentlich erstmal noch nach oben. Das heißt, wir müssen hier wieder ganz rum. Achso, das ist so ein Typ, der da liegt. Ich wollte gerade sagen, das sieht so komisch aus da. Schlage ich mich ganz gut bis jetzt, Leute? Ein paar von euch haben das doch bestimmt schon mal gezockt hier. Oder bin ich zu vorsichtig? Könnt ihr mir ruhig in die Comments hauen? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Und diese Schreie hier überall. Aber das ist ja der, der... Rydiel, oder wie er heißt, ne? Oder? Das ist doch der, ne? Der da schreit. So, hier hinter. Da müsste er irgendwo patrouillieren. Da drüben ist er. Ach, sowieso verschlossen. Schade. Dann müssen wir wohl doch nach draußen. Ach, Leute, das ist mit diesem Ring, das ist mir zu doof. Das können wir ablegen. Das haben wir doppelt. Das haben wir doppelt. Nein, nicht neu ordnen. Äh, nein. Weg. X. Das haben wir doppelt. Das können wir wegtun. Zauberer-Handschuhe haben wir doppelt. Die können weg. Zaubererschuhe sind doppelt. Die können weg. So, können wir das Ding jetzt schon ablegen, ohne... ...dass wir überladen sind. Ja, können wir. Gut. Dann belasse ich es an dieser Stelle dabei. So, was haben wir denn hier draußen? Eine Sequenz? Aber kein Boss jetzt, oder? Oh Gott. Was? Was? Alter, das ist aber nicht der Boss jetzt, oder? Bringt mir das was hier auf diesen... ...Vorsprung zu kriechen, hier? Bei sowas werde ich immer sehr nervös. Ah, 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 ah. Ihr seid doch blöd. Da gehe ich nicht lang. Auf den zu kriechen, würde mir, glaube ich, was bringen. Äh, ja, da könnte ich da hinten was einsammeln. Ich glaube aber... ...das schreibe ich mir auf. Das mache ich später irgendwann. Ah, der... Wow, der Kerker-Schlüssel. Okay. Dann gehen wir erstmal zurück. Das tue ich mir nämlich nicht an. Zumindest jetzt noch nicht. Wenn es noch Alternativen gibt. So, wo hatten wir denn jetzt hier Türen, die, äh... ...nicht aufgingen? Auf Ebene 1. Ich glaube, das war hier irgendwo, ne? Jetzt rennen wir wieder hoch. Ist das richtig hier? Äh... Leute, bin ich hier richtig? Hier bin ich doch nicht richtig, oder? Oh. Anscheinend bin ich hier doch richtig. Aufseherschlüssel? Wo haben wir den denn her? Das eben war doch kein Aufseherschlüssel, oder? Ich weiß ja, wer die Aufseher sind. Ich befürchte, ich weiß, was uns hier erwartet. Äh, da hinten ist er schon. Wir können ja mal... ...mit Magie arbeiten. Komm her. Hallo? Waaah! Ich glaube, da ist noch einer. Hier um die Ecke. Da hinten. Piu! Und Piu! Und nochmal Piu! Oh, ich höre noch einen. Ich höre noch... Ich habe doch noch einen gehört. Da hat es da eben nochmal... ...Kling gemacht. Mit Magie sind die auch relativ simpel. Äh, irgendwie ist alles mit Magie relativ simpel, oder? Ich glaube... ...hier sind wir doch sicher jetzt. Ja, das Schwert regeneriert Zauberpunkte. Habt ihr das gesehen eben? Wie sich das aktiviert hat? Das ist ja cool. Das macht mir das Schwert gleich noch ein bisschen sympathischer. Da ist schon wieder eine Tür. Ich höre doch noch einen. Hä? Achso. Achso! Achso! Ich sehe schon. Sind da unten noch welche? Boah, hier ist doch noch einer. Das macht mich richtig nervös. Kann ich das auch machen hier? So, hier haben wir einen gehört, ne? Da drüben ist dieses... ...Armbrust-Monster. Schön vorsichtig. Oh nein! Keine Gargoyles jetzt, oder? Irgendwo noch einen Gedankenschinder, um den ich mir Sorgen machen muss. Das Tor geht nicht auf. Okay. Achso, ich sollte vielleicht mal... ...Wenn ich schon den Ring wieder anlege... ...sollte ich ihn vielleicht auch nutzen. Ich glaube, da geht's weiter. Ich bin schon wieder viel zu schnell, glaube ich. Boah, wie weit geht denn das hoch hier? 10.000 Seelen. Die will ich nicht verlieren. Ich will sie nicht verlieren. Oh, die Gargoyles machen mich nervös. Aber bis jetzt machen die ja nichts. Bis jetzt. Muss ja nichts heißen. Das ist ja eigentlich unter uns gar nichts. Oh, doch. Ach, guck mal. Da hinten ist die... Oh Gott, da hinten ist die Kirche. Wo die Kirchengöttin wartet. Das hat doch die Dingens gesagt, ne? Die Kirchengöttin kann sterben, aber nie für lange. Es ist mir entschieden zu ruhig hier oben. Hallo? Hallo? Er ist wirklich sehr ruhig hier. Oh, da ist... Da ist er aber schon in der Kirche drin. Kann man da reingucken? Guck mal, da ist eine Nachricht. Wollen wir den Altar sehen vielleicht oder irgendwas? Ha. Ein Silberfokus hat sich echt gelohnt. Der Weg... Da ist der Altar, aber hier ist nichts los. Was ist denn da drüben für einer? Oh, guck mal, da glitzert ein Schlüssel. Haha. Schlüssel. Ich will den Schlüssel. Das heißt, wir müssen durch die Hebelwand, ne? Ich bin hier gerade sowas von vorsichtig, was irgendwelches optionales Zeug angeht oder irgendwelche riskanten Manöver. Das sind alles Sachen, das können wir... Das kann ich gerne bei einem späteren Besuch dieser Welt dann nochmal machen. Dieses Balancieren da. Oder bei diesen Armbrüsten. Oder sonst irgendwas, äh... Jetzt will ich einfach nur erstmal hier durchkommen. Das ist aber auch ein langer Weg nach unten. Ne, ich musste ja hier lang, ne? Und hier durch. Oh Gott. Ach, jetzt sind wir hier unten. Hi. Oh, nö. Schießt das in diese Richtung gar nicht? Das ist ja schön. So, was haben wir jetzt davon, dass wir hierher gekommen sind? Boah. Ah, da ist... Da ist Nebel? Ach, da ist Nebel. Ach, gucke mal. Aha. Du aktivierst dich aber jetzt nicht gleich wieder, oder? Oh Gott, 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 oh Gott Schisser. So, was war denn das für ein... Ring der listigen Ratte. Ein einfacher mit dem Siegel eines kleinen Tieres gravierter Goldring. Erhöht die Angriffskraft, wenn die Trefferpunkte unter 30% sinken. Er wird auch von dem als kleiner Alant bekannten Lord Rydiel getragen und hat ein Gegenstück, den Ring der einfältigen Ratte. Schnell wieder zurück hier. Ich hab voll Angst, dass sich das Ding gleich wieder aktiviert. So, da geht's zur Kirche, aber hier geht's wahrscheinlich zu diesem anderen Dingens da oben. Balkon. Wo der Schlüssel war. Den wir nicht haben. Rio will Schlüssel haben. Boah, schon wieder viele Gargoyles. Na, 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 ich nehm euch gar nicht wahr und ihr greift mich auch nicht an, oder? Gerade muss ich mich an denen allen vorbeikämpfen, wenn ich jetzt da unten langgehe? Ich hoffe nicht. Ich möchte das nicht. Nein. Guten Tag. Da vorne ist was. Da sitzt einer. Hallo. Na, du? What? What do you want? I am a humble servant. I do not wish to interfere. I won't cause you trouble. I won't. Okay. What? What do you want? I won't. Okay, er sagte mir das gleiche. Hier ist der Schlüssel. Spezialschlüssel? Aha. What, what, what macht denn der Spezialschlüssel? Er scheint eine besondere Zelle aufzuschließen. Das kann ja nur eine von zwei sein eigentlich. So. Macht keinen Blödsinn. Das kann ja eigentlich nur entweder von dem wie hat er sich? Rydiel? Rydel? Der, der Dings da. Der blaue Geist oder der Freak sein. Das heißt, wir gehen da jetzt nochmal hin zurück. Ja, ich weiß, Leute.